Hallo liebe Leute, willkommen bei fersengold TV. Hi ihr Lieben, hier ist Anni. Schöne Grüße aus Hamburg. Wir sind in vertrauter Umgebung. Wir bereiten uns gerade auf unser Online-Release-Konzert vor. Wir sind heute schon da, heute ist ja CD Release für uns. Also heute ist 28. Januar. Das ist so aufregend. Wir sind sehr aufgeregt und wir sind auch angespannt wegen des Konzertes. Wir haben auch ein Gast dabei, der auch schon hier ist. Also bleibt dabei und schaut euch an, was hier so die Tage passiert. Wir sind gerade beim Proben für das morgige Online-Konzert zur Neuflotte Was kostet die Welt? Und ja, wir freuen uns schon auf morgen und ich freue mich ganz froh, dass ich dabei bin und ich hoffe, ihr guckt alles gut. So, der Probentag neigt sich dem Ende. Es ist kurz vor 18 Uhr und wir machen gleich einen Probestream. Das heißt, wir spielen ein paar Songs live. Wir spielen ein paar Songs live, und schnacken ein bisschen vor der Kamera. Machen noch ein bisschen Werbung für morgen Abend quasi. Bist du schon live jetzt? In diesem Moment? Wow! 8000 Leute schauen schon zu. Wow! 8000. 8000. Hey. Moin. Dankeschön. Ja, krass. Mega aufregend. Wir wollen ja jetzt auch wirklich mal hochcharten damit. Es läuft aber ganz gut. Also im Moment sind alle total happy und wir kriegen nur schöne Nachrichten. Also geil, aber... Ich glaub, man hat was hinterm roten und hinter den Namen. Ja. Ja. Ey, 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 ey. Trink aus, mein Freund, hab den alten Ratenstein. Tört mich, sonst holt er dich. Du bist ein Ganz-Ton zu hoch, Hannes. Du kannst was. Ich weiß, das macht's. Noch einfacher für mich, für dich zu singen, ja. Habt ihr alle Hannes gut? Ausgesprochen nice. Das war jetzt nur so als Idee eingetragen. Könntest du das mitsingen, Hannes? Und Anni soll auch schon gehen. Ich habe überlegt, um den Auftritt von Purple Otten zu nutzen, Hannes hier zu dupieren. Du hast dich schon? Rock'n'Roll, everybody! This is Kissin' Fa... This is Purple Otten! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Laughing will fight by you tonight. There won't be a big o'clock. What did I do? What is that? Den Ich hab ne Kolbal im Kopf und das Spielspriebe Klopperlein kam Ich hab ne Kolbal im Kopf und dem ist alles völlig egal Wir haben ne Kurbel im Kopf und er spielt balalalalaika Also wundere dich nicht, denn verrückt ist das neue Normal Wir haben ne Kurbel im Kopf und er spielt wie den Klopp, balalaika Wir haben ne Kurbel im Kopf und dem ist alles völlig egal Wir haben ne Kurbel im Kopf und er spielt balalalalalalalalalala Normal Ich musste das tun, ich musste das tun Ich hab auch gerade gesagt, da ist er ja der Kobold, warum ist der aus meinem Kopf raus Ich konnte nicht stillsitzen Irgendwo Komm, Augen auf und durch Es sieht zweit auch schwer, du bist nicht allein Komm, Augen auf und durch Nur wer Angst hat, kann auch mutig sein Wir haben ne Kurbel im Kopf und er spielt wie im Tiefen Amt und Före Wir haben ne Kurbel im Kopf und er spielt wie im Tiefen Amt und Före Hey, hier kommt der Sturm, nun werdet wer löst Hey, hier kommt der Sturm, auf den Nuller kommt es Der Feuer und Flaute ist vorbei, nun werdet wer los Also das war für euch am 29.01. im Jahre 2022 Online, live, auf dieser Bühne Fersengold Tschüss Dankeschön Vielen Dankeschön Vielen Dank.